Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video und und spiele ich meine Kräfte. Wie wir spielen, glaube ich, Get Down, ja? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Internet... Okay, ich hab kein... Oh doch, ich hab Internet. So, jetzt mal zum Revis-Server. Kommt mit Deutsch, bist du ja mehr hoch? Ich will mal sagen, es geht direkt los. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Get Down-Profi, aber ich kann's auf jeden Fall schon. Und was passiert hier? So. Es ist auf jeden Fall mega dunkel. Keine Ahnung wieso. Get Down-Profi, so. Und da ist Get Down-Profi. Also, sorry, dass ich nicht so unterhaltsam bin, aber... Wo ist der Häkel für alles? Sorry, dass ich nicht so unterhaltsam bin, denn... Also, das sind jetzt schon mal meine ersten Videos und... Ja, ich... Ich bin halt noch so ein bisschen schüchtern. Und, ähm... Und, ähm... Was gibt's denn jetzt noch zu sagen? Eigentlich nicht mal so groß ist. Ja... Wie ihr seht, bin ich nicht so gut im Jump'n'Run. Puh, ich hab grad einen Haar. Ja, ein Haar im Mund. Ja. Okay. Jui, es geht direkt los. Ja, also... Keine Sorge, es wird nicht immer Minecraft kommen, aber... Ja, und jetzt so, aber... Also, mir ist grad nicht sowas angefangen. Denn ich hätte halb's recht Bock auf ein neues Video. Ich hab halt immer jederzeit Bock auf ein neues Video und... Okay, das war alles ziemlich scheiße bei mir. Und... Ich... Ich fokussier mich mal heute nur auf... Die Schwammblöcke, also auf die Lucky! Oh, ich heile ihn! Ja! Nein! Ich sterbe! Er... Okay, ähm... Das wäre das nächste Spiel. Ich hab noch gar keinen Pluspunkt gemacht. Jetzt aber! Okay. Yes! Spät! Okay, führe ich doch nicht. Älter bin ich schlicht. Sonst bin ich nicht immer so gut. Okay, ich sollte mal wirklich... Get down üben. Weil ich bin jetzt ziemlich scheiße darin. Und das ist nicht so gut. Nein! Okay, aber... Ähm... Ich glaube... Mann! Ich hab halt doch gar keine Punkte... Plus gemacht! Oh mein Gott! Ich bin auch gerade voll nervös! Was? Keine Ahnung, wieso... Okay! Cool! Nein! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bin ich schlecht! Ich bin nicht! Na... Können wir mal sagen, ich hab verkackt! Also... Ich glaube... Äh... Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut... Mal sehen! Okay! Hoffentlich krieg ich die... Ja! Okay! Da... Oh... Resistenz... Gut! Okay! Der wird sterben! Oh Mann! Ich mag den töten! Aber... Oh... Egal! ich gucke mal okay die challenge ist nicht so großartig nicht challenge sondern aufgabe ich bekomme auch wirklich nur gute sachen ich hatte bisher noch nie schlechte und ich glaube ich habe jetzt schon wieder als ob egal schließlich habe ich ja mehr versuche eigentlich unendlich das ist auch das prinzip okay ich glaube ich sollte nicht mehr so weit nach unten springen denn es war mega knapp und ja da wäre ich falsch an nein oh komm doch ja 400 punkte aber der eine hat schon 1274 alles klar das hat ich vielleicht auch einmal aber nur so in der gesamten runde noch weiter nach unten das kann nicht sein also das regt manchmal wirklich auf und ich versuche nur noch nach unten okay nach unten